Das ist aber weh. Als würde er sich das so entschütten, Alter. Yo, schönen guten Tag meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ihr seht bereits, wer an meiner Seite ist. Victor Braun. Hi Freunde. Und ich auch. Hi. Freunde. Wir wollten uns heute mal einem kleinen Fashion-Talk widmen. Und zwar geht es darum, bezüglich Style-Entwicklung. Wie manche Leute ihren Style ändern. Weil... Der guckt jetzt mich an, als ob ich so meinen Style hier vorher ändere. Nein, aber zum Beispiel, viele sind jetzt auf diesen Vintage-Trip oder dieses London-mäßig umgestiegen. So ich ja zum Beispiel auch in gewisser Maßen so. Aber trotzdem noch diesen Street-Style-Film. Was hältst du denn persönlich davon? Was ich davon halte? Ja. Also könntest du dir vorstellen... Ja, ich würde eher sagen... Ja, so ein bisschen vielleicht. Wenn man schon Geld für Klamotten ausgibt, bin ich ja so der Freund davon. Wenn man auch Qualität dafür bekommt. Und nicht halt einfach übelst hohe Reseller-Preise für ein T-Shirt bezahlt. Was halt so von Gildern ist oder so. Siehe wie Loan. Finde ich persönlich jetzt nicht so krass. Deswegen würde ich jetzt eher mein Geld in eine Saint Laurent Jacke oder so stecken. Du fährst ja auch diesen Street-Style. Ja. Und viele bemekeln ja auch, dass viele Leute sich nicht weiterentwickeln. Ja. Würdest du sagen, du hast dich weiterentwickelt? Ja, klar auf jeden Fall. Die Sachen sind jetzt nicht nur teurer geworden, sondern auch, ich würde sagen, jetzt sind coolere Pieces dabei geworden. Natürlich trage ich auch was von Gosha oder Palace oder so. Aber ich würde eher sagen, zu mir passt eher so dieses edlere Ding. Also jetzt ohne Hintergedanken oder so. Ich finde einfach, dass es fast mehr zu meinem Typ oder so. Ja, du bist halt so deinem Stil auch treu geblieben. Aber könntest du dir vorstellen, so vielleicht irgendwann auch mal so rumzulaufen wie Victor? Ja, klar. Ich habe jetzt auch eine Buntfaltenhose. Oder Magellas hatte ich auch schon mal noch eine Buntfaltenhose. Und würde der gute Victor vielleicht auch immer mal Street-Style tragen? Ja, er hätte jetzt so einen Hulli an heute. Ja, aber so Lip-Jeans oder sowas. Richtig so dieses Street-Style. Ich hatte ja mal so eine kurze Phase. Aber das finde ich passt jetzt im Gegensatz zu Justin zu mir halt gar nicht. Zum Beispiel du trägst ja wirklich auch ab und zu Gosha oder Hasses getragen. Und du bist ja trotzdem deinem Style treu geblieben so. Die meisten sind ja sofort so, ah Gosha, okay ich hole Anzugs-Hose, ich hole Kambikazan. Ja. Weißt du, dieses so. Und du bist aber dir trotzdem treu geblieben. Ja, man kann ja auch so zweigleisig fahren. Ja, genau. In gewisser Maße. Ich weiß, was du meinst, dass ich halt jetzt nicht umswitche so von so edleren Klamotten auf direkt Vintage oder so. Nee, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja Leute, die entwickeln ihren Style weiter. Es gibt Leute, die folgen halt immer neuen Trends. Ich finde jetzt der Justin, kann man halt sagen, der bleibt seinem Style treu. Das ist ja nichts Negatives. Nein, nein. Also es gibt halt Leute, die haben halt keine Lust mehr auf gewisse Sachen, weil die vielleicht ihren Stil noch nicht gefunden haben. Ja, aber es ist ja nicht so, dass sich auch neue Sachen aufhören. Ja, ja, ja klar. Aber du hast trotzdem den selben Stil, was ja nicht negativ ist. Also bei mir finde ich, können wir das jetzt schon so sagen. Ich habe auch so zwei Arten so von einmal so diesen, sag ich mal, Yeezy Oversize Look und dann auch so dieses edlere. Ich habe schon zu Victor letztens gesagt, dass ich diesen Street Style mir nicht so gerne momentan angucke. Aber bei dir zum Beispiel schon so in dem Sinne. Ich finde, so Real Rap habe ich das eigentlich eiskalt gesagt. Ausgerechnet. Dass er ein guter Verfechter für einen Street Style ist. Muss man switchen, um sie weiter zu entwickeln oder kann man, wie du zum Beispiel jetzt auch macht, kann man einfach so diesen Stil beibehalten. Und das sage ich jetzt mal so verfeinert. Ne, finde ich gar nicht. Also Kanye zum Beispiel ist ja jetzt jemand, der auch viel switcht. Ja. Das finde ich, finde ich ein bisschen schade. Ich fand an ihm das Edle sogar geiler, als wenn er jetzt so mit Gosha und Joggy Hose in Socken und so rein. Ja. Also das ist meine persönliche Meinung. Viele sagen ja vielleicht auch, der entwickelt sich nicht weiter. Also es ist so, dass ich nicht finde, man muss nicht unbedingt switchen, um sich weiterzuentwickeln. Man kann auch seinem Style treu bleiben. Ich würde auch sagen, dass man seinen Style sich unbedingt switchen muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel von Street Style auf einmal auf den London Style switcht oder vielleicht auch zu classy oder so. Dass man das nicht machen muss, um, sage ich jetzt mal, modisches Verständnis zu haben. Ja. Sondern man kann ja, wie gesagt, auch so wie du es jetzt machst, so seinen Style weiterentwickeln. Und das ist ja auch vollkommen legitim eigentlich. Ja, zum Beispiel auch, wo ich mich jetzt mal Vika betroffen habe, wo wir zu zweit nur waren. Ja. Obwohl ihr mich halt nicht gerufen habt, gell? Genau. Wobei war ich denn da? Ach, in Paris. Okay, ja. Ja, zum Beispiel, da habe ich mir RIP-Jeans an und jetzt habe ich einen Anzugsos an. So dieses, man kann das ja so variieren, sag ich jetzt mal. Das ist halt schon was Cooles eigentlich. Aber es gibt auch Leute, die tragen immer noch Gilden und Orange. Das ist ja jetzt eigentlich. Orangen, Oversize, Gilden, äh, Sweater und darunter ein weißes T-Glayer. Ist wirklich, also als Rolli rauskam, konnte man es kurz tragen für zwei Tage. Und das ist der perfekte Übergang. Auf seinem Kanal haben wir auch ein Video abgibt und zwar Modesünden. Ja. Krass. Hey, krass. Ich wollte einfach nur mit Justin bereden, was er so davon hält, sich mal anderen Stil so anzuschließen, sag ich jetzt mal. Weil er ist ja seinem Streetstyle-Film, sag ich jetzt mal, sehr treu geblieben und hat den jetzt seit mehreren Jahren schon so. Und ich bin ja seit ein paar Monaten auch mal in die Richtung, in die Richtung gegangen. So ist ja, wie gesagt, da wollten wir mal die Meinung austauschen, was wir davon halten. Ja. Ja. Was auch der. Monochrom, Balenciaga-tragene, Viktor Braun davon hält. Ja, und die Leute können auch mal in die Kommentare schreiben, was die so für Stile durchgemacht haben und was die von unseren Stilen halten. Ja, genau. So was feiert ihr auf jeden Fall? Seid ihr auch eher so die Streetstyle-Typen oder auch ein bisschen Mischmasch? Oder was feiert ihr momentan? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, Ibims Mischmasch. Okay. Auf jeden Fall war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Justin vorbei und bei Viktor. Alle Sachen sind in der Beschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh Mann!